Die Bau- und Möbeltischlerei Hans H. Lorenzen in Bredstedt ist Ihr Ansprechpartner für hochwertige Tischlerarbeiten. Leistungsfähigkeit und Vielfalt zeichnen unseren Meisterbetrieb aus. Vom Einzelmöbel bis zur Inneneinrichtung fertigen wir nach Ihren Vorgaben. Dabei vereinen wir traditionelle Handwerkskunst mit modernsten Verarbeitungsmethoden. So setzen wir Ihre Wünsche fachgerecht und zuverlässig um. Ob Anbau, Neubau oder Modernisierung, mit unserem erfahrenen, versierten Team übernehmen wir die Planung, Fertigung und Montage der Einbauten. Wir sind gerne mit einem ersten Informationsgespräch für Sie da und erstellen Ihnen ein kostenloses Angebot.